Im April 2021 wurde die österreichische Deponieverordnung novelliert. Wie das alles mit der europäischen Abfallhierarchie sowie dem Aktionsplan für die Kreislaufwirtschaft zusammenhängt, werde ich in meinem heutigen Beitrag zu 3 Minuten Umweltrecht erläutern. Hallo und herzlich willkommen zu 3 Minuten Umweltrecht. Mein Name ist David Sucheneck, ich bin Rechtsanwalt bei der Umweltrechtskanzlei Niederhuber & Partner mit Sitz in Wien und Salzburg. Wie schon eingangs erwähnt, werde ich mich heute mit der Novelle der Deponieverordnung auseinandersetzen und auch darauf eingehen, wie das alles mit dem Aktionsplan für die Kreislaufwirtschaft, mit dem europäischen Green Deal zusammenhängt. Schauen wir zuerst in die Zukunft. Im Jahr 2019 wurde der europäische Green Deal veröffentlicht. Der Green Deal ist ja ein Sammelsurium aus Maßnahmen und Themenbereichen, die die europäische Wirtschaft nachhaltiger und grüner machen sollen. Wesentlicher Baustein dieses Green Deals ist auch der Aktionsplan für eine Kreislaufwirtschaft, der zum Ziel hat, die Abfallvermeidung zu stärken sowie das Recycling zu fördern. Das alles ist aber nicht neu. Bereits im Jahr 2018 gab es das Kreislaufwirtschaftspaket der Europäischen Union mit mehr oder weniger den gleichen Zielen, die nunmehr aber in der Zukunft verstärkt werden soll. Leitbild hinter diesen ganzen abfallpolitischen und logistischen Maßnahmen ist jedoch die europäische Abfallhierarchie, die man sich wie eine Pyramide vorstellen kann. An der Spitze dieser Pyramide steht nun die Abfallvermeidung, also die oberste Priorität, den Abfallanfall generell hintanzuhalten und zu vermeiden. Dann kommen Verwertungsmaßnahmen wie die Vorbereitung zur Wiederverwendung, sonstige Verwertungsmaßnahmen und ganz wichtig natürlich das Recycling. Ganz unten in der Hierarchie steht sozusagen im Fundament der Pyramide steht die Abfallbeseitigung, das heißt die Entledigung von Abfällen, ohne dass diese noch einen Nutzen für die Wirtschaft hätten. Wie steht das jetzt alles in einem Zusammenhang mit der Deponieverordnungsnovelle? Naja, die Mitgliedstaaten sind angehalten, ganz konkrete Maßnahmen zu erlassen, um diese genannten Ziele zu fördern, Abfallvermeidung und das Recycling zu fördern. Und so sieht der österreichische Verordnungsgeber einige Deponierungsverbote für Abfallströme in der Deponieverordnungsnovelle vor. Diese Abfallströme dürfen somit nicht mehr deponiert werden und die Wirtschaft ist hier gefragt, Recycling-Technologien zu entwickeln, gemeinsam mit der Wissenschaft, um diesen Zielen gerecht zu werden. . Untertitelung des ZDF, 2020